Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des PSNP-Live. Wir wollten hier gerade ein paar Sachen mit ihm unternehmen und dann geschrieben, wie geht's? Ne, was geht? Alles geht? Vielleicht, ich weiß nicht, wie man darauf antwortet. Nein, ich will einfach mal eine Ahnung, was wir machen konnten. Oh, Cracker. Mehr kommt mal. Jetzt bin ich ja gespannt. Ein Polizist. Werde ich festgenommen? Nein, ich habe Wunder. Null. Welcher? So, jetzt bin ich wieder da. Das ist, ja, dieser Moment, wenn, ähm, hier, packt schon. 300, perfekt. Habe ich ja noch fast. Scheiße. Ähm, ist egal, hier steht ein Geldautomat. Doch, was auch immer bei euch. Äh, ne, das ist die PIN. 2, 3, 4, was ich jetzt sagen will, ja. Weswegen ich mich, geil, muten musste. Ähm. Da meine Mutter einfach so mein Zimmer ankommen, ja. Und ich habe schon wild gestikuliert, in Richtung, weh, du sagst, was, ja, aber, was hat nicht funktioniert. So, jetzt hätte ich mir vorstellen gehofft, dann geht's, machen wir gleich weiter, oder was? Wie kann, wie kann man denn die Finanzen zeigen? Schau. Schlech. Ähm. Hup. Oh, Mann, ist da der Befehle? Oh Gott. Das ist natürlich blöd. Äh, ich kann ihm noch was geben, oder? Sekunde. Ähm. Meinen, jetzt mich oder ihn? Ich, äh, ich, äh, er hat mit ihm hingeschrieben. Also nicht ihn, oder? Ich, ich, oh Gott, das ist... Ah. Nie wieder. Warum kein erdeutiger Name? Naja. Ähm, ich habe mal ihn gekauft. Ja, man hat ihn, oder? Oder? Oder, oder? Äh, er meint doch ihn, oder? Ich, ich glaube schon. Was soll ich? Ich habe bestimmt einen. Naja. Jetzt ich. Ich habe schon einen gekauft. Okay, ja, ich bin an die 20. Das ergibt Sinn. Muss ich den auch irgendwie reinlegen? Äh. Muss ich den? Oh, mir fällt gerade ein. Ich habe noch gar keinen gekauft. Ich habe das Geld geholt. Hupsala. Das ist ja... Oh, das... Was? War Absicht. Jetzt kaufen. So. Geht doch. Ach ja. Hatte ich nicht mal am Anfang mein Auto getunt, aber nur gedacht, es wäre mein Auto so ein anderes. Ich glaube schon. Muss. noch sparen. Auf ein besseres. Okay. Oh Gott. Mein Stuhl quietscht. Das ist... Blöd. Warum? Habe ich nicht dafür gesorgt, dass er aufhört zu quietschen? Naja. Naja. War so glückwürdig jetzt dann, dass ich noch einen Raststein kaufen muss, weil... So ein Ticket ist nicht... Ist nicht billig. Wie viel Geld habe ich denn jetzt überhaupt? Ich will wissen, wie viel ein Auto kostet. Neues Auto kostet natürlich. Okay. Das ist doch nett, wenn man hier mal ein bisschen rumkutschiert wird. Ähm. Warum? Oha. Äh. Nein. Okay. Ich glaube, es geht mir gerade auch langsam. Ich bin mir aber nicht sicher, ja? Ich dachte, es geht langsam. Ich habe mal hingeguckt. Ich hatte aber noch 70 FPS. Natürlich habe ich es auch, ja. Vielleicht eher doch 60. Aber es kann man nicht... Na, was weiß ich, das ist... Ich wechsle ja ganz gerne mal. Okay, ich glaube, ich werde zum Falschen. Ähm. Ähm. Hier, das meine ich. Ach ja. So leicht vertut man sich. Ja, ich meine, so nach 100 Folgen. Ah, 15 Minuten sogar mehr, ja? Ich habe meinen Hundertspart noch nicht rausgebracht. Was denn das Billigste, denn das Billigste, so. Denn so viel Geld habe ich auch nicht. Ich hatte ja schon mal geguckt, war es so eher von den Preisen so... What? Ja. Das war schon ziemlich schockierend, muss ich sagen. Oh, da muss ich ja noch ein bisschen sparen. So, so minimal. Ich sollte mal wieder meine Lenkrad abbauen, denn das steht hier nämlich schon so ein paar Tagen. Aber wenn man das einmal aufgebaut hat, dann denkt man sich so, ja, wenn ich jetzt abbaue, dann baue ich es eh gleich wieder. Das ist immer so. Naja. Ich weiß leider nicht, wie lange die Folge schon geht. Ich bin zwar 18 Minuten. Die andere Folge sollte eigentlich 10... Äh, ich sehe keine Ahnung, aber es hält. Er blinkt, weil es sich aber nicht in die Ampeln. Nee, ja. Ähm. Okay. Ja, mit Oh, ja, ich habe nicht keine Zeit gespart. Naja. Ich möchte mich ja, dass ich selber nicht entschuldigen. Ich war auch lange Zeit. Einer der Cars. Das sind gar nicht die Cars-Schreiber, das ist einfach nur die Cars. Um den Schreiber zu sagen, würde zu lange dauern. Ach ja. Du bist lustig, was ich da sagen wollte. Der andere Partei, der eigentlich 10 Minuten gehen muss. Ich glaube, er war aber schon bei 11 oder 12 Minuten. Deswegen würde ich sagen noch 3 Minuten. Bis 20. Das passt. Ja, das steht nämlich immer. Ein Loggen. So, da. Nein. Der ist mal nicht. Okay, ich war da schon mal, ne? Ich weiß ja nicht, was ich da gemacht habe. Oder was man da allgemein machen kann. Okay, ich schätze mal, er schreibt. Nicht so ein Actionfilm. Okay, dann ergibt es das Sinn. Ich hätte Spawnen sagen sollen. Naja. Würde ich böse sein, würde ich sagen, parkt wie eine Frau, aber ich bin nicht böse. Gut. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Habe ich da gerade wirklich Leben verloren? Okay. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay. Der wird sich nichts kaufen können, oder? Doch. Oho. Ticket kaufen. Ticket kaufen. Scheiße. Ticket kaufen. Okay, ich bin jetzt in zwei Minuten. Ja, ich... Der ist ja nicht wirklich rausgesprungen, oder? Als wenn er nicht mehr reinkommt. Ich werde nicht sagen, dass das lustig wäre, aber... Es wäre richtig lustig. Ja, Gott. Warum? Jetzt lässt du gleich ohne ihn los. Nein, das ist nicht los. Ich bin ernst. Nein, ich bin ernst, ja. Oh, oh, oh. Na, jetzt hast du ein Problem, oder? Oh. Oh, doch kein Problem. Dann, dann, dann vergiss. Dann, dann vergiss. Wie lange dauert das denn? Zwei Minuten. Schätze ich mal, wenn jetzt niemand mehr reinkommt. Toll. Jetzt werde ich eingequetscht. Ja, dann... Gucken wir uns doch mal die Landschaft an. Was hier noch sonst noch gibt's. Wären wir ein bisschen höher, wäre das leichter. Habe ich Headmove aus? Sieht so aus. Slash Headmove. Ah, schon viel besser. Ah ja, genau, das hatte ich ausgemacht damit. Äh, ich... Die Bilder für die... Werbung am LSBD machen konnte, denn... Ich mach die Stats, ja? Da steh ich mir immer so hin und mach dann Bild. Allerdings... Ist das blöd, wenn er den Kopf so wegdreht. Ähm... Ja, das... Jetzt überziehen wir die Folge zwar, aber ich werde das jetzt mal... noch laufen lassen. Bis das rum ist, dann werde ich die Folge spenden. Naja. Wir haben ja alle Geduld, ne? Nein, nämlich nicht. Jetzt... Jetzt gar nicht mehr. Ende. Heute beginnt es zwei Minuten, dann wurde das Ding... Oh, 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 oh. Leuch. Katz. Oh, 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 oh. Ich sehe was. Ein Schiff? Oh Gott, wie hoch geht das? Oh Gott, nein, wir werden alle sterben. Habe ich doch schon mal während? Alle, also ich. Oh Gott, wir werden... Oh, oh. Stehen geblieben. Oh. Oh. Und da ist er... Oh Gott. Naja. Oh Gott, ich komme dir jetzt echt nicht mit, weil er afkar ist oder was das ist. Oh Gott. Nein, oder? Das ist richtig ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Naja. Naja. Und es geht dann wieder runter. Man muss so beim runtergehen springen, das muss ich mal machen. Okay, das war tödlich. Okay, das war's. Okay, ja, dann. Ich hoffe, ich kann es euch hat diese Feuer gefallen, ja. Schaut noch nicht mal wieder zu und wie gesagt, wenn man auf die Serverzeit könnte mich gerne mal anschreiben, dann können wir eine Runde zusammen. Das ist eine Folge unternehmen, aber bis auf der 100 Special später mal Livestreams werde ich nicht einfach so mit Ohreninten aufnehmen. Einfach, weil, wie gesagt, ich keine Fussung will. Okay. Dann. Erstmal hier. Tschö. Zu Cherry 2, ja. Und dann hoffe ich natürlich, euch hat diese Feuer gefallen. Schaltet nächste Video ein, hier bei SMP Live-Regeem. Bis denn. Und. Tschö.